Musik Everything changes Musik 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 Na meine dustigen Zuschauer und herzlich willkommen mit einem kleinen Video oder einem kleinen Infovideo oder Ha, ich keine Ahnung was das für ein Video ist Einfach nur so ein bisschen Langeweile und Heil und Siegesuchten Denn mein Internet ist heute einfach extrem schlecht, keine Ahnung wieso Aber ich muss ja noch ein Video rausbringen für heute Und da ist jetzt hier einfach die beste Chance Einfach mal halt den Sieg alles abzuficken und alles Richtig in den Arsch zu nehmen Keine Ahnung Ich bin nun Ähm Also Ähm Ich werde bei einem kleinen Minecraft Projekt dabei sein Wie ihr da reinkommt Ähm Mache ich noch ein Tutorial drüber Ähm Da können alle mit dabei sein und so ne Ähm Ja Genau Ähm Also Das Projekt Will ich jetzt nicht da Bescheid sagen weil es halt eine Überraschung sein soll Ich bin Schneeblock Na toll Geben Sie mir den Beschissensten im Block ey Aber wir stellen uns jetzt hier in die Ecke Ähm Und ich möchte halt jetzt wie schon gesagt in diesem Video hier ein bisschen was ansprechen Und ja also was das für ein Projekt ist werde ich nicht sagen Mit wem das Projekt stattfindet Mit dem Mr. Gentleman Mit dem also der Mr. Gentleman Ähm wird halt bei ein paar Aufnahmen dabei sein Es können auch mehr Abonnenten sein oder so Das ist euch überlassen Ihr könnt euch einfach da anmelden und könnt auf den Server dann hochjoinen So ist dann eure Frage So Bei dem Projekt würde ich dann noch gerne den Jujo Gaming ganz ähm Also falls du Ohpala Ähm falls du hier mit rein willst Dann schreib's doch schreib doch äh schreib doch mal einen Kommentar oder mir eine eine Privatnachricht oder schreib's mir auf Skype Da einfach so Dann warum sag ich das nicht im Video Ähm 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 Was gibt's noch zu sagen ähm Was ich hier spiele Heiden Sieg Ist der ja Ähm Ich bin ein Schneeblock Das ist ein Schneeblock Und ähm Der Server auf dem Shotbaum Da ist ja City Build eigentlich drauf Und das ist ja jetzt ausgefallen oder wird's nicht mehr geben Denn ja City Build macht mir persönlich jetzt grad keinen Spaß mehr Da ich ja schon alles aufgebaut hab und fertig habe Und ich hab das jetzt immer offline gemacht Und auf dem Server auf dem ich jetzt bin Auf dem werde ich dann halt nur noch aufnehmen Das heißt Ich werde halt aufnehmen Wenn ich fertig mit aufnehmen bin Werde ich mich ausloggen Und werde dann halt ähm Nicht wie immer jetzt hier so die Begrüßung machen Also ich mach dann halt in dem Fall nicht Ähm F9 Und dann hier Und dann Bis zum nächsten Mal Hau rein und so schauen Wisst ihr wie ne Und so wird's ja nicht sein Ähm Ich hab wieder das geilste Internet Leute Und da Und ja Was gibt's da noch zu sagen Ähm Ich bin einfach Ich geh einfach jedes Mal planlos in die Folge Aber eigentlich wusste ich Ich hab Kennt ihr dieses Gefühl Wenn ihr euch einfach davor Ähm Gedanken gemacht habt Was ihr in dem Video sagen wollt Und dann im Video Vergesst ihr einfach den Text Ja Ähm Ja Wie schon gesagt Minecraft City Build Ist ja jetzt erstmal Nicht mehr aktuell Oder Äh Oh Geh weg Oh Glück Ah gut Hier würde uns keiner finden Ähm Bestes Versteck Ähm Ja Also Leute Ähm Ja Ja Ich hoffe jetzt findet uns keiner Geh weg Du guckst doch schon so scheiße Geh weg Sie ist ganz nah bei uns Oh mein Gott Und ich werde auch in den Quartal Ähm Kanar Trailer Ähm Schneiden das Aber das ist das einzige Ding Das wird extrem lange dauern Weil Werde ich auch wahrscheinlich Äh Oder an den Tagen wo ich das schneide Werden keine Videos kommen Dafür Entschuldigung Weil So ein Kanar Trailer nimmt wirklich Oh ich muss mal kurz hier dieses Den Popschutz hoch machen Ähm So ein Kanar Trailer nimmt natürlich auch Arbeit in Anspruch Und so ein Kanar Trailer dauert natürlich auch seine Zeit ne Och scheiße schon wieder ging ich das Mikrofon geschlagen Ups 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 Höhö Ähm Ja Deswegen da an diesen Tagen Entschuldigung Ähm Ja Ich kann euch halt kurz den Unterschied zeigen Wenn ich den Popschutz weg habe Also wenn ich Ähm Der Popschutz ist halt dafür wenn ich halt ausatme Oder so So ein schlagartiges ausatmen mache Dass dieses Video halt nicht über Also dass das Mikrofon das übersteuert dann Und dann hat sich der Scheiß an So hat sich's mit Popschutz an Und so ohne Also Ja Das ist der Unterschied wirklich Ähm Ach man Oh Ich schlag die ganze Zeit mein Mikrofon Den Popschutzag schlag ich die ganze Zeit weg Wo ich das gar nicht will Guck mich an Guck mich an Guck mich an Guck mich an Also Leute Dann Boah Komm schon die Runde Ich hab keine Themen mehr zum ansprechen Ähm Genau Da kann ich jetzt hier noch die Das wollte ich eigentlich in einem anderen Video ansprechen Ähm Also ich habe vor Mit ähm Spiel aber Ich weiß also mit einem Mit einem Kumpel Aber ich weiß noch nicht ob's klappt Mit dem Ender Games zu spielen Ähm Aber ich weiß es halt noch nicht ob's klappt Ne Das ist halt das Problem Ähm Ja Ähm Ähm Also wie schon gesagt Ich weiß es halt nicht ob's klappt Mit dem Ender Games Ob er Ob er dazu Lust hat Das weiß ich natürlich nicht Aber Wie schon gesagt Wenn er Lust hat dann wird halt Ähm So Wo sozusagen Ungeschlagen Challenges kommen Ähm Ja komm Und Gewonnen Also Leute dann sage ich hier schon mal Haut drin Bis zum nächsten Mal Und Tülülülülü Ihr blöden Wichser Ja Ja Vielen Dank.